Vergesst die alten Kämpfe. Vergesst alles, was bisher existierte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Uns ist langweilig. Diesmal nur mit... Und mit ihm. Ja. Aber primär wahrscheinlich mit ihm. Ja. Nein. Ja. Also mit ihm. Ja. Der Blödmann, der hat sich mal wieder daran ausgedacht. Und zwar ist dies wieder eine Challenge-Folge. Ja. Finde ich wunderbar nachdem. Bleibt nur die Pause, die wir hatten. Kommt sofort wieder mit einer Challenge an und das finde ich ja echt total blöd. Und was diese Challenge genau ist, das erfahrt ihr nach einem kleinen Werbespot. Ich bin Gamer. Ich spiele schon mein Leben an. Jedes Genre geduldigt werden. Ich will immer die Neuesten Ideen. Wir werden da sein. Und was ist mit dir? Ja, genau. Die Challenge. Wir haben uns was Leckeres aufgedacht. Und zwar haben wir eigens für euch eine Sammlung an... Wir werden kochen mit unserem Magen. Ja, genau. Wir haben hier einige leckere Soßen, die wir später noch so im Gefängnis vor sich kannten. Wir werden genauer beschreiben werden. Gut. Diese Challenge hat noch gar keinen Namen. Nein, nein. Diese Challenge ist auch scheißegal. Das ist ein Trink, das du kotzt. So, und zwar geht es darum, dass wir... Er... Was? Wir merken jeweils, äh, jeder ein Tettetier auszutreten. Folgendes. Aber wie eben, wie gesagt, das steht ein. Ja, wir kommen, äh, Rosen, Getränke, etc. Und, ja, so da müssen wir sie in einem Pinchen trinken. Das wird so lange gehen, bis der erste sagt, ich will mehr oder abends kotzen mehr. Und schönen Laugen einmal rein. Diese Ideen wohnen übrigens ganz auf seinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber ist auch egal. Ähm, ähm, zwei kleine Dinge. Wer zu lange zurück hat, verliert auch. Und jedes dieser einzelnen Getränke, steht zweimal hier drin. Ja, und dann geht es eigentlich auch gleich los. Ja, dann wollen wir die kleine Zöger fackeln und sonst was. Auf Not geht los. Wir gucken natürlich nicht rein. Ihr dürft es zuerst lesen. Oh Gott. Ich lese es ja durch. Ich weiß nicht, ob. Es ist... Okay. Hau! Ich hoffe, ich habe gleich... Doch, hier. Oh Gott! Was heißt du? Ja. Also ich habe... Apfelkorn. Und Schillisose. So. Achso, genau. Jetzt wird erstmal gezeigt. Ja. Die, du darfst deinen Apfel noch etwas dazu führen. Dass ich... Die sind so flaschiert. Ja. Und dann zu mir. Und das ist gut. So. So. Okay. Ja. Soll ich anfangen? Äh... Ja. Achso. Wir machen nur... Ja. Ja. Zwei... Zwei Zentiliter pro... Warum habe ich gesagt, dass ich anfangen möchte? Das ist doch scheiße. Und die Jungen, die trinken so selten Alkohol. Was machen wir mit Apfelkorn? Ja. Dann ersetzen wir den. Ich habe hier irgendwo noch andere... Andere zu verschieben. Okay. Wohl noch raus. Ich möchte den... Den hier... Achso. Es ist der hier vorne dran. Hm. Wie das schmeckt. Das schmeckt ja gar nicht so gut. Okay. Ich krieg diese Diffusse gemacht. Oh. Ja. Genau. Lass dein altes Leben hinter dir. Und geh durch diese neue Tür. Ah. Zwei Zentiliter. 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 Läufts! Liebe Fans, ihr seid schuld! Ihr wollt uns leidend sehen! Ich verliere mich jetzt! Nächste Rolle! Läufts! Leck mich am Arsch! Ja, du bist dran! Ich komm! Und übergehoppelt! Nein! Also, ich hab deine Chemie-Soße jetzt! Ich hab gehört, ich hab's erwischt! Oh! Ja, was du? Ich präfere meine Frau! Ja gut, dann... Ja, ja! Das geht raus an alle Spinner! Weil alles ohne Sinn wäre! Ohne Spinner! Oh! 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 Du! Oh! 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 Ich weiß, ob ihr jetzt noch mehr als ich dachte. Ich hab noch ein bisschen mehr als das. Aber ist okay, ist okay. Komm, teig mir das mal tragisch. Nachmittag ist das Ding leer. Zum Wohl! Mh, am lau! Also der von... Sauer, aber angenehm. Der von Jeltsin, der ist schon mal gestellter. Ich bin zu voll zum Aufstehen. Hier, lest doch selbst. Wodka! Kann man von da aus reden können? Nee, wahrscheinlich nicht. Passt. Ich bin zu voll zum Aufstehen. Ka... Katzenmilch? Nein! Er sieht voll scheiße aus. Sieht auch nicht besser aus. Also ich hab mir nicht eigentlich nur den Schultern gedacht. Geht doch mal jetzt. So... So hoch? Hier, das riecht den Nagel an den Färber. Frag den von mir, ich weiß, wie das ist. Das ist ein Stück normale Karamelle. Das ist nur Wasser. Das ist nur Wasser. Das ist nur Wasser. Guck nicht auf die Katze der drinnen. Guck nicht auf die Katze der drinnen. Guck nicht auf die Katze der drinnen. Guck nicht auf diesen... Guck nicht auf die Katze der drinnen. Guck nicht auf der Katze. He hihihi. He hihihi. Ich hab euch gesagt, das ist der Schwingste, den ich habe. Der schmeckt echt Kacke. Also den Katzenbeck ist echt scheiße. Ich will Wasser.